Hallo, heute besprechen wir die Industriemeisterbasisqualifikationsprüfung aus dem Fach NTG aus dem Jahre 2015-1 und heute besprechen wir die Aufgabe 4. Bei der Aufgabe 4 geht es um einen Zugstab und auch hier mache ich mir sofort eine kleine Skizze, die den Sachverhalt widerspiegelt. Bei dem Zugstab handelt es sich um ein Gebilde, das etwa so aussieht. Sie hat die Form einer Passfeder und dieser Zugstab ist gekennzeichnet durch die Größen B für die Länge im rechteckigen Teil. Na ja, und für die Höhe soll es ebenfalls B sein. Das Gebilde sieht dann irgendwie so aus. Und an diesem Zugstab soll sozusagen gezogen werden. An dieser Stelle wirkt eine Kraft von F gleich 120 Kilo Newton. Das ist die Vorgabe aus der Aufgabenstellung. Gegeben ist die Streckgrenze RE gleich 2 2,5 Newton pro Millimeter Quadrat. Weiter ist gefordert, dass Sigma zulässig 1,5 RE ist und das wären dann 2,5 6,6 5,5 7,7 7,8